Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meat TV. Heute mit dem Christian, dem Jonathan und mir dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Jöl. Hallo. Und wir schauen uns an die Win Compilation November 2020 Edition. Nice. Langweil dich, Ned. Okay. Will ich auch nicht. Nein, der fährt da jetzt nicht drauf. Achso, ich dachte schon. Oh, nice. Und dann ist die Kamera umgefallen, oder was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Als ob er die Kamera dadurch noch getroffen hat. Oh. Oh mein Gott. Nice. Ey, das ist auf einer sehr spät gesprungen, Alter. Ich finde, das sah auch teilweise nicht so aus, als wäre das Oberkörper first gewesen. Aua. Oberkörper first. Wenn er jetzt auf den, der von ganz oben gesprungen ist, der etwas fülligere. Ja, ich glaube, der macht... Boah. Der macht aber komplett den Bauchplatscher. Aua. Sie haben doch alle so einen Platscher gemacht, damit er jetzt spritzt, oder nicht? Unangenehm. Ja, das ist ein bisschen... Aua, aua. Okay. Hold it until it breaks. What? Christian, kannst du das auch? Nee. Alter, Corona, ne? Also, da haben die Leute halt echt Zeit in ihren Gärten. Oh mein Gott. What the fuck? Die haben sich wahrscheinlich vorher noch nie gesehen. Was ist das denn? Das ist geil. Das ist wahrscheinlich sehr viel beeindruckender, als ich das tatsächlich einschätzen kann. Aber das war selbst für mich beeindruckend. Die 30 Versuche vorher, wo der richtig auf die Schnauze gefallen ist. Die fehlen halt. Das ist schon geil. Gold Retriever lassen alles witzig machen, oder? Ja. Ein Pizzamaker, wie nice. Oh mein Gott. Wieso funktioniert das doch auch dann, ne? Das war schon vorgeschnitten sogar. Jetzt frage ich mich, wie das Plastik mit dem Lego denn auch gebacken wird dort. Ja. Ich glaube, das war super aufwendig, weil der musste jedes Mal die Dinger neu belegen. Also, da hätte ich den Käse drauf tun. Dann den anderen Scheiß da drauf packen. Da musste das Ding gebacken werden. Da musste halt. Ja, sauber machen. Stimmt. Käse da wieder rausfriemeln da zwischen den einzelnen Dingern. Nice. Oh, war das nicht mal so ein Test, wenn deine Finger sich nicht berühren, ist das so ein Doppelspiegeltier? Oh nein. Da konnte man dann irgendwie rausfinden, ob Spiegel quasi diese, wie sagt man denn? Hier diese, wo du von der anderen Seite gucken kannst, Spiegel sind. War das nicht irgendwie so? Gibt es? Keine Ahnung. War das nicht so ein Test, wenn du deinen Finger drauf legst und irgendwie sowas? Ich weiß es nicht. Was musst du da tun, wenn du den Finger drauf legst? Machst du das in jedem Hotelzimmer jetzt, immer diesen Test dann? Nee. Okay. Na ja, wenn du den Finger drauf legst, dann ist der, entweder sieht das so aus wie da in dem Video, also dass halt dein Finger sozusagen berührt, dein Spiegelbild oder nicht. Also, dass da ein bisschen was zwischen ist. Ich weiß aber nicht mehr, was heißt. Okay. Das ist halt das Beste, wie der das gefilmt hat. Und jetzt bitte ist die Mutter. Ja, zeig mal. Oh. Wie geil das ist. Yo. Zack. Yo. Nice. Oh, das ist jetzt der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank, ja. Ready? Wait. Ah! Ah! Was ist so leise? Was ist denn diese Schreierei? Ah! Ey, weil YouTuber, die rumschreien, kann ich gar nicht haben. Mann, dieses Oh mein Gott! Weißt du, drei Meter Mund aufreißen. Ich schrege gerne rum. Sowas macht man nur auf Thumbnails, Leute. Nicht in echt. Alter, du sagst du Riesenkürbisse. Ja, what the fuck. Mega nice. Und rein damit. Oh mein Gott. Alter. Okay, das gefällt mir ganz und gar nicht. Du warst doch oben ein zweites Seil, was du gut hast. Trotzdem. Das erinnert mich an. Norwegen. Volle Kanne, oder? Tous en Cœur. Voilà. Mach ich auch jeden Morgen. Ja, jeden. Easy Game. Alter. Alter, was ist denn, wenn das Bein jetzt einfach mal da hinten... Ja, das stelle ich mir lieber nicht vor. Nice. Boah. Drei hintereinander ist schon nice. Erfreut er sich. Scheint doch nicht so leicht zu sein. Okay, warte zur Hölle, kommt sie. Nice. What the fuck. Die Leute Zeit haben, ne? Das ist echt krass. Das ist quasi so ein kleiner Supraleiter, ne? Das ist vor allen Dingen wie so eine Labalampe. Das könnte den ganzen Tag laufen. Ich würde einfach den ganzen Tag zugucken. Richtig angenehm. Ich sehe eine Brücke eben voll. Geil! Was ist das? What the fuck? Wie so spielt die das? Ja. 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 Und er muss voll lachen. Mach das bitte nochmal. Wenn es kein Kind gewesen wäre, gäbe es wieder Ärger. Ich möchte die Reaktion von dem Pastor nochmal sehen. Ich will es erst... Er bekeckt sich auch. Und die Mutti direkt. Oh, was soll denn da? Man kann mit dir nirgendwo hingehen. Alter. Ja, das ist auch dann der 30. Versuch. Ohne Hände. Das ist halt so rent. Hey, what the fuck? Ich glaube nicht. Hey. Es gibt Satyon. Ach, das ist so ein Resonanz-Ding hier. Ach, kam da der Sound auch wirklich her? Ich dachte, was macht die so komische Bewegung? Teufel zur Austreibung. Ja. Oh mein fucking Gott. Rein damit. Bewerbungsvideo. Okay, das ist ziemlich stark. Oh, Alter. Hast du einen Kuchen am Ende? Da muss ich auch gerade dran denken. Oh mein Gott. Ach so. Ich dachte, das wäre jetzt so groß, dass eine echte Person wäre. Ich dachte, das wäre so groß, dass eine echte Person wäre. What the fuck? Alter, ich war gerade dran. Ich war gerade dran. Oh mein Gott. Yo, Alter. Hi. Das ist geil. Oh, das ist nicht geil. Das darfst du aber auch nur aus der Perspektive sehen, oder? Hä? Ach so! Ah, da ist rechts noch das Gebäude, das ist auch auf dem Ding. Das ist einfach eine riesige Leinwand und wenn du da jetzt drei Meter nach rechts gehst, dann funktioniert das glaube ich schon alles nicht mehr. Oh Gott. Oh, was manche Menschen sich überlegen, sich da jetzt zu tätowieren. Oh, nice. Wenn du das so schockt, dann schockt die Charaktere. Come on, ass. Yo, what the fuck? Alter! In wie viele Sekunden tötet er ein? Okay, what the fuck? Moment mal, das sah mega strange und komisch aus. In wie viele Sekunden kann der einen töten? Mach mal bitte das Video in so drei Viertel oder halber Geschwindigkeit. Ja, Moment. Jetzt müssen wir uns erstmal morgen alles kurz gönnen. Boah, krass Junge. Boah, jetzt. Okay. Okay. Okay, what the fuck? Das sieht so schon mega schnell aus und dann ist die halbe Geschwindigkeit. Wow. Das war impressive. Um den Hals hoch. Oh Gott. Ja, wir können manche Karate und so ein Zeug, ne. Das ist halt einfach... Ja, aber da kriegst du ja auf jeden Fall irgendeinen Scheiß gegen die Birne. Ja, würde ich mal auch sagen. Ich glaub, der hat schon ein paar Mal was gegen die Birne bekommen. Aber das ist nice. Das ist alles cool. Alter. Holy moly. Alter. Das ist nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ein bisschen weiter rechts. Ja, das hat er denen ja wirklich signalisiert am Anfang. So, what the fuck. Das finde ich krass beeindruckend. Schön wäre natürlich auch das Foto gewesen, was er da gerade gemacht hat. Ja, stimmt. Der Abi wird nicht geschockt. Das war so lustig am Anfang, das Wien. Oh mein Gott. Hey, das kenne ich. Oh, das ist so nice. Okay, das kenne ich. Hey, Jake. Das ist ziemlich nice. Und vor allem sehr viel Dreck. Oh mein Gott, das war ja gut. Oh ja, what the fuck is real, Alter. Oh mein Gott, das war ja gut. Ja. Schöne Wins dabei. Glaube ich. Oder finde ich. Ja gut, so sieht das auch aus, wenn ich so eine Scheiße mache. Wir haben immer die Ketten gebaut, da an der Rutsche, bis wir dann runtergeschmissen worden sind. Oh ja, oder du verstopfst alles. Ja genau, entweder alles verstopft oder irgendwie einer hängt sich oben an die Stange, der nächste an den Fuß, der nächste wieder an den Fuß und so weiter. Und dann kommt irgendwann der Idiot, der das nicht mitkriegt und dir voll in den Rücken rasst. Ja. Und dann kommt der Badeweiß und sagt, nee, damit müsst ihr bitte aufhören. Dann wird ja rausgeschmissen. Das war die Wind Compilation November 2020 Edition. Ich würde mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.